Musik Natürlich kann man ins Feld gehen, auf das Eis und die Dunkel aufreißen. Was da wäre? Mehr Eis ist heißer als man denkt. Vielen Dank. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht und die Geschichte handelt von diesem Herrgern. Ich denke, ihr kennt ihr alle, Clark Kent, besser bekannt als Superman. Und jede gute Geschichte brauchen wir natürlich auch, wenn wir den Superheld schon haben, brauchen wir auch irgendwie einen Gegenspieler. Dann nehmen wir doch seinen Erzfeind Lex Luthor, alter Schwulfreund. Und ich bin von Planet Earth. Wir alle sind verbunden, und ich glaube, das ist wegen der Planet Earth. Aber es ist eine Sache, die uns interfert, und was ist das? Und das ist das Klimawandel. Geschäft ist ein spezielles Schmerzen, auch noch die Frau zur Zeit. Sie haben beide aus dem Schweiz gearbeitet. Kannst du mich? Die Flüchung? Die Flüchung ist ein impressivesело. Paul Spann. Niemann, eine Schmerzen. Schmerzen du dich an, eine Schmerzen. zu können. Soll ich dich an! Und das sie am! Und sprüht ins Neujahr und wir sehen uns dann in 2023. Ganz, ganz herzlichen Dank.